Guten Tag, ich habe wieder mal 3 1 längs und quer gezogen, aber eine Änderung gibt es heute. Ich benutzte jetzt den 16er Faden, also den stärkeren Faden und nicht den einfachen. Ich komme hier wieder in der Mitte hoch, gehe über meine 3 Fäden wieder zur Mitte zurück. Ich habe hier meinen Faden, gehe wieder über 3 Fäden, aber einen Faden weiter nach links oder nach rechts, je nachdem wie sie stecken. Ich komme wieder in meine Mitte, gehe wieder einen Faden weiter und komme in meine Mitte, wieder einen Faden weiter. Und in meine Mitte, hier ist wieder das Zusendentreffen 2er gezogener Fäden. Ich gehe einen Faden nach unten und komme in meine Mitte. Einen weiteren Faden nach unten. Noch einen Faden nach unten. Gehe wieder einen Faden nach unten in die Mitte. Wieder einen Faden nach unten, wieder einen Faden nach unten. und wieder zur Mitte. Wieder einen Faden nach unten. Wieder einen Faden nach unten. Und zur Mitte. Ein Faden nach unten. Und zur Mitte. Dann я weiter einen Faden nach unten. Einen Faden nach unten. Und noch einen Faden nach rechts. Und noch einen Faden nach unten. Hoch und zur Mitte, hoch, zur Mitte, hoch, zur Mitte, hoch, zur Mitte, einen Faden nach links und zur Mitte. So, ein Faden nach links und zur Mitte, von dort aus in die nächste Mitte. Moment. Verankern Sie lieber Ihren Faden auf der Rückseite. Sie sehen, Sie sticken um diese Mitte herum. 1, 2, 1, 3er-Förpack nach rechts, 1, 3er-Förpack nach links, also immer 7, 8 Stiche, 9, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dann nach unten hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dann 6 hoch. Also ganz einfach, von innen nach außen und nach innen zurück. Und zwar immer zur Mitte zurück. Keine Schlaufen, einfach gerade Stiche. Nicht zu fest anziehen. Hier, bei diesem Stich wirkt der Faden. Bei den vorherigen Stichen wirkt die Veränderung der Struktur. Für Veränderungen der Struktur nehmen Sie bitte immer Ihren dünneren Faden und wenn der Faden wirken soll, den dickeren Faden. Hier. Die Already. Ich sage Ihnen, daughters. So sieht dann Ihr fertiger Stich aus.